So, dann gucken wir doch mal direkt in die nächsten Kämpfe hier rein. So, Deagon Old Park Rest. 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 Was? Nichts. Wir gehen auch. Genau. Nei-sama, gehen wir. Jippie! Juhu! Eine große Fläche. Da gibt's nix, da gibt's nix. Eine Kiste! Da gibt's das Wasser, wa? Intelligenz ab. Okay. Und jetzt? Ich komm' noch weder nach links noch nach rechts. Doch nach rechts komm' ich. Nach rechts geht's noch weiter. Das ist gut. Da fällt mir doch glatt wieder ein, dass ich eigentlich mal ein paar Monster fangen würde. Wegen Titel und so. So, es geht nach rechts, es geht, äh, nach oben und hier gibt's schon mal ne Kiste. White Frame, White Frame klingt gut. Und wir gehen erst mal nach links würde ich sagen. Was gibt's denn hier links zu? Einen Gang. Einen Gang und ein Loch. Und hier gibt's noch einen Gang. Und hier gibt's noch einen Gang. Es gibt viele Gänge in dieser Höhle. Und da gibt's noch eine Kiste. Und da gibt's noch eine Kiste. Advanced Heal. Advanced Heal hab' ich schon. Und ich muss mal drauf achten, meine Leben werden nicht erhielt in dieser Höhle. So, das heißt, es geht nach links und es geht nach rechts. Und es gibt noch einen Kampf. Das war echt keine gute Performance von mir. Hab's nicht gut gemacht. Vor allen Dingen geben wir die Wiederbelebungssachen aus. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Mehr mit der Alice arbeiten und so. So, was geht denn hier ab? Da ist wieder ein Loch. Das ist ja faszinierend hier, ne? So, was gibt's hier drüben? Einen Weg. Ich seh schon, ich werd hier nicht glücklich. Mit Ruhe. Ogerklaue. Und es gibt hier so viele Gänge. Aber erstmal müssen wir uns die Ogerklaue mal angucken. So, was sagt ein Bognine dazu? So. Na holla die Waldfee, die nehmen wir doch sofort. Ach, Noah kann auch mit Nahkampfwaffen. Joa. Feuer! Feuer! Was wird nehmen wir denn darin? Sein Essen. Burstet. Und äh. Flamm-Edge, wa? Joa. Nehmen wir. Sehr schönes Ding. Komm. So. Ich muss ja mal wieder sagen, ich krieg hier ordentlich aufs Fressbrett, ja? Aber. Aber. Ich habe zwei Mönster gefangen. So. Wir haben doch sicherlich auch Hail-Items, oder? So ein paar. Kann ich immer noch nicht benutzen. So. Dann haben wir von denen ja noch ein paar. Ja. Das kann man mal benutzen. Und bei ihm kann man es auch mal benutzen. So. Schick. Trau ich mich wenigstens wieder mal so ein bisschen im Kampf. So. Gehen wir mal nach links. Ist eine riesen Höhle, ja? Kiste. Pasta. Zeang. ta. Ja. Para. Ups. Pasta. Pasta. Borgen Nein. Dann kommt mir doch eine Idee. Very nice. Und noch eine Kiste. so viele kisten medium 3 so mehr gab es ja nicht schade jetzt will sich natürlich aber auch nicht mehr von wo ich gekommen bin auch verdammt so wir sind ja jetzt nach also das war mal ein verdammt ordentlicher kampfen muss ich sagen hier wollte ich da ja nicht hin verdammt immer im kreis gerannt weil das kann weil er es drauf hat sowieso nach links gegangen genau unten haben wir auch geguckt da war nix und ich würde sagen wir sind von rechts gekommen also gehen wir nach oben haben wir alles abgegrast hier dass man hier auch keine kartenfunktion hat oder irgend so was auch ziele von mote doch stand da Alarva Das ist mir nicht so, was ich. Ich habe gerade noch ein bisschen geblieben, aber ich habe gerade wieder geblieben. Das ist der Mannschaft der Mannschaft. Wenn man sich das gegen die Mannschaft aufmacht, dann wird es so viel燃ert. Das ist das Gants-Ganz. Für mich erfolgreich wird es unsere Arten geliefertigte, und da muss man so sein, dass es keinen Anfalt braucht, das ist ein Schlauch. Na, dann bin ich dann, also gehe ich auf euch! wenn ich das wieder so sehe ja hätte ich vielleicht vorher mal speichern sind auch mann ich will nicht so party passt was ist denn eine fixation mit er macht das schon gucken wir mal was der tindenfisch so kann mit meiner halbtoten truppe ein tindenfisch mit standardformation wird das hier gerade nichts so fischi 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 er ist auch noch das schnellste alles klar so lobe ich mir das aber er darf nur einmal angreifen das ist jetzt auch nicht so der bürmer so hätten wir das ich könnte ich alle noch ein bisschen sammeln ich würde aber auch bock nein ganz weit vorne sehen da irgendwie hinzugehen in dem platz mit thoma zu tauschen jetzt kann man richtig hinstellen und den linker ein paar mehr so schick so dann einmal heilung bestellen und dann gucken der fisch heilt 5000 leben pro runde wie viel leben hat denn er 37.000 das ist natürlich eine hausnummer so dann holen wir ihn doch gleich wieder zurück so und dann packen wir ihn mal zur seite machen das irgendwie so stellen borknein ja mit nach vorne das ist nur das problem dass borknein mit niemandem gelinkt ist wenn er da so steht aber eigentlich möchte ich auch nur das borknein die akku zieht also dass er angegriffen wird aber ich glaube das wird nicht passieren naja mal tue mal nochmal hoch bis jetzt kostet mich das ganze vergnügen hier nix so fischi nochmal ein irregulierer step und ein rush hat das einmal überlebt darf die zwei so alles und noch mal weißt du schön das bleibt alles so und den machen wir so so ganz auf borknein draufhauen das wenigstens ab denn jetzt alles drauf was wir haben wir warten mal noch ein bisschen denn da greift beide an und das nicht zu wenig alter das ist hart das ist echt hart jetzt hat sie nicht genug punkte klasse 15 15 heißt wir können borknein heilen aber kollega nicht zurückholen schulner schwierig ich möchte die eigentlich ungerne so hinstellen wenn wahrscheinlich jetzt alle vier was abkriegen aber auf jeden fall müssen wir als allererstes thoma wiederholen so und jetzt würde ich sagen machen wir immer noch ein bisschen stand bei nee geht nur auf die vordersten nur so dann musst du hier mal ein fragment opfern jetzt würde ich sagen greifen wir mal an oder auch nicht weil es sind nicht alle gelingt dann heben wir uns das noch auf so so Alice kannst du hier so so geogras halt blind das halt leben kannst du dir selber mal gönnen so dann gehen wir da rüber linken borknein wenn er nicht mehr da steht dann können wir das auch so linken dann linken wir Alice so gehen da einen schritt rüber dann müssen wir Server zurückholen Server kann dann hier hin Alice geht da rüber und borknein bleibt bitte so oh du ja bleibst doch auf borknein gerichtet denn der wird sich da nicht wegbewegen so und dann sagen wir Alice da dann sind wieder nicht alle gelingt aber jetzt kann man mal angreifen jetzt komme ich heute glaube ich nicht mehr in Schlaf haben wir hier noch was da können wir noch einen Gletscher und einen Puls so Feuer alles drauf was wir haben 6000 10.000 Break machen wir doch in einer Runde fertig oh Wasser hält ihn da müssen wir aufpassen oh er ist vergiftet das ist sehr schön jetzt haben wir aber natürlich äh Dings mit vor ich stelle Waschtor im Waschtor hält das nicht ab aber borknein auch nicht scheiße er dreht ja richtig ab der Typ da müssen wir auf jeden Fall unsere beiden Jungs erstmal wieder ranholen dann müssen wir sie noch verlinken du bleibst so wie sieht denn das aus bevor sie dran ist kommt erst mal die sind nicht gelinkt das ist unschön denn mit item fragmente des lebens erst mal auf Waschtor du fällst sowieso gleich wieder um so dann holen wir borknein auch erstmal noch mit haben wir es besser als brauchen so stande bei so Fiji was sagst du verdammt genau sowas habe ich erwartet ich glaube ich werde hier gleich verlieren so wir müssen erstmal alle zurück so bin ich nur mit Waschtor gelinkt so haben wir sie gerettet und dann retten wir noch den Thoma so haben wir es geschafft SP340 das ist eine Hausnummer na borknein steht schon wieder das ist sehr gut so und jetzt müssen wir mal ein bisschen sinnig aufteilen müssen wir mal das so drehen so kann man sich an borknein verglichen wir lügen und wir heilen uns hinten erst mal hoch hier ist ein bisschen das ist ein bisschen oder mach mal Attacke wenn wir Attacke machen ne ich weiß nicht ich würde auf jeden Fall erstmal borknein heilen wollen das ist zwar wahrscheinlich nicht viel bringt aber wir probieren es so und dann lassen wir den Rest hier hinten noch ein bisschen gammeln da waren sie wieder weg jetzt sehen wir die Fragmente aus das heißt jetzt müssen wir jetzt sind wir alle noch gelinkt ja den müssen wir jetzt angreifen verdammte Axt der macht mich aber auch fertig hier so dann bitte zeigt was ihr nicht könnt so da ist ein Break da ist er fast tot und da ist er komm die paar Leben jawoll meine Fresse meine Güte so wir machen mal wieder ein bisschen was im Leben wa hm 7 7 ist doof das ist nur 7 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 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 16 20 15 Was ist das? Das ist ein bisschen schrecklich. Es ist ein bisschen schrecklich. Wir sind hier mit dem Fluss des敦weißen. Das war es so, dass wir hier mit uns verletzten. Das war so, dass wir auch nicht in den Mürlern gehen. Was ist die Höhe von den Rädern? Wie ist das? Das ist wirklich großartig. Wie ist das? Das ist nicht möglich. Wie geht's das? Ich gehe nach dem Mürland. Das ist nicht möglich. Es gibt. Ich muss den Paraminas-Cohen auf dem Norden. Das ist der Norden und der Norden. Wenn man sich mit dem Land verabschieden, dann kann man nach dem anderen. na dann wieder auf nach aulis na dann raus hier aus der höhle direkt weiter nach aulis das ist ja sehr schön aber da ist beim letzten mal schon vergessen habe speichern wir erstmal ganz wichtig so was haben wir im angebot ja 21 4 also ihr seht ich kämpfe echt über monate mit diesem spiel so aber da das jetzt alles so super geklappt hat machen wir hier im break und sehen uns beim nächsten mal wieder also bis dann